Letzte Mission 18 Gebäude fertigstellen, das Level mit 1000 und löse 6x einen Stabelbonus aus. Okay, Molkerei, Mixerzug, der wäre hier zwischen den. Genau, da habe ich Sägenwerk, Tischlerei, Holzfällerlager. Ja, den so kombiniert. Also, dann machen wir. So. 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 Einmal. Dann machen. Dann wird Möbel produziert. Ich mache den mal so. 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 Und ein Güterzug. Und ein Mixed Train. Ich sitze den mal. Ja gut, ich habe da diesmal. So. So. Und Mixed. So. Karten. Nochmals einen Mixed Zug. Okay. Der dürfte wahrscheinlich irgendwo nochmals. Also, hier rüber. Fluss. Das sehe ich. Beziehungsweise hier. Und Tischlerei braucht Holz. Das Sägewerk braucht hier. Das auf das verbinden. Dann verbindet es das. Und dann hier rüber. Jo. So. 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 Brauche ich den? Das reicht so. So. Aber hier hätte ich eh ja den Holzfäller verwenden können. Wen schon den schon dann mal billiger machen. Passt schon mal. Da haben wir jetzt das Dörfchen. Ein gemixter Zug. Der dürfte dann von hier nach hier fahren. Da habe ich die Tischlerei, das Sägewerk und Holzfällerlager. Also das hier runter, das hier rauf. Und dann gemixt. Wie viel fehlt uns? Drei. Dann würde ich jetzt mal so machen. Und den muss ich so, weil das sieht nur nach weiteren Bauten aus. Billiger Billig. Stapel Kronos erhalten. Genau. So. Okay. Okay. Ich mache hier mal. Den gemixten. Genau. Mixed Zug. Ich hoffe da auch. Genau. Karten. Schwerer Güterzug. Ist natürlich nicht das, was ich erhofft habe. Ich habe hier immer noch zu sehen. Milch. Holz. Sägewerk. Holzfällerlager. Das und das. Und dann Was mache ich dann hier? Das wäre dann wahrscheinlich mit dem der schwere Güterzug. Das der einfache. Jo. Wasserbrücken. Ah, da sind wieder noch zwei, ne? Da haben wir Milchbretter. Habe ich da irgendwo was vergessen anzuschliessen? Möbel. Möbel. Ah, das macht so. Ja, 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 ja. Wenn ich den... ... und hier naja dann habe ich wieder das mit dem Dings nicht schwerer knapp hat es wieder nicht gereicht da hätte ich einfach bei der Geschwindigkeitsstrecke einfach noch den Brückenrabatt reinsetzen sollen dann hätte es geklappt ja da auch wieder so 2, 4, 6, 8 Wagen 2, 4, 6, 8, 10, 12 Wagen das ist unglaublich wie viel das ist ja die Hälfte des Weges schon einfach einen Zug ja gut hier sogar noch mehr als die Hälfte ja nun den ja das war Auenwald und jetzt kommt dann Flint Hills dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge vielen Dank für's Einschalten Abo und Däumchen und Tschüss Aber bitte bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020